Hallo, hallo ihr Hübschen und willkommen zur Vagemond-Energie. Sind wir heute und morgen drin, haben wir jetzt auch den Neumond drin, der mit einer Sonnenfinsternis einhergeht, eine extrem starke Willenskraft bringt zu Tagesenergien dazu, eher einen alten Weg, einen alten Pfad, einen ausgetrampelten Pfad zu verlassen und dann ins Jahr 24, ins Herzensbewusstsein, in den Herzensweg zu switchen. Das Neue, was dieser Neumond also mit sich bringt, ist, ich höre auf mein Herz, ich lasse das jetzt mein Herz entscheiden. So, Punkt. Ja, wenn hier etwas scheiße oder blöd ist, ja, dann weg. Und jetzt sind wir genauso in diesen Umbruch von 23 ins Jahr 24 halt. Ja, wir wechseln jetzt so. Wir haben die Ernte von 23 eingefahren. Erkennen mit der Sonnenfinsternis, habe ich ja auch als Kartendeck hier heute die Twin Flame Shadows. Hier, da haben wir schon die Masken drauf, die halt durch die Sonnenfinsternis fallen, wo man einfach durchgucken kann und für sich erkennt, das ist doch scheiße hier. Ja, also der Weg ist blöd. Den nehme ich nicht, den will ich nicht. Und von wem kriegen wir diese Meldung aus unserem Herzensbewusstsein halt raus. Das sind, wo man hier Umwege werden auch einfach lästig. Das geht einem so, das geht einem einfach auf die Eier. Ja, das kommt jetzt so ganz natürlich, dieses Bedürfnis nach Klarheit im Leben. Ja, und wenn diese Klarheit nicht kommt, dann Tschüssikowski. Ja, wir wechseln jetzt also mit dem Neumond von dieser Energie da rein. Ins Umtopfen. Wir topfen um. Ja, habe ich euch ja schon mal erklärt. Hier haben wir den Onyx mit drauf. Ja, ist ein Schutzstein von negativen Einflüssen, um mit seinem Stammbaum, ja, mit seinem Lebensbaum, mit seiner Akasha, hier ist der Kreuzstein, verwurzelt zu bleiben. Ja, und jetzt ist halt diese Umtopfphase. Das Umtopfen von 23. Hier, ich bin bereit, ja, mich triggern zu lassen, mir meine Schattenthemen anzugucken. Ja, mir das immer wieder durchzukauen. Ne, also jetzt bitte, ja, wirklich Ende im Gelände. Kein Bock mehr drauf. Ins 24. Ja, ich möchte hier jetzt mein Herz leben. Ich möchte da Gerechtigkeit. Ich möchte Augenhöhe. Ich will, dass das hier gegenseitig fließt. Und wenn das hier keine Gegenseitigkeit ist, dann da lasse ich zu, dass dieser Weg hier an dieser Stelle beendet ist, ne? Ich höre da nicht jetzt, ich halte da jetzt nicht mehr krampfhaft dran fest. So. Ja. Und da hilft jetzt halt dieser Neumond mit der Sonnenfinsternis bei, ne? Das ist auch begleitet von einem Mars-Saturn-Trigon. Das zeige ich euch mal. Mars und Saturn habt ihr bei. Alles als Zusatzorakel in der Infobox, ne? Wer das gerne tiefer möchte, zeige ich euch, zeige ich euch, zeige ich euch. Hier, ne? Mars, Mars, Marsi, Mars. Hier, die starke Willenskraft einfach auch jetzt, ne? Hier, sich von im handelnden Part, ne? In der Entscheidungskraft, in der Entschlusskraft, in der Willenskraft, ähm, hier, ein höheres Bewusstsein, ne? Auf, äh, das ist doch scheiße hier. Ja? Das ist, ne? Was so, ähm, bislang einfach unangenehm war, ja? Man hat so gemerkt, was echt eine scheißschlechte Entscheidung war. Ja, ja, weil eben Erntezeit, ja? Weil jetzt entweder entsprechend eine Negativernte oder gar keine Ernte kommt, ne? Und das wird einem einfach zu lästig, ne? Ja? Das ist, ähm, ein Kraftverlust logischerweise, weil wenn nicht auf Augenhöhe, ja, nicht etwas in der Ordnung, in der Gerechtigkeit zurückfließt, dann fließt es einseitig und dann läuft man leer, ne? Weil man wird ja nicht, ist nicht im Kreislauf und wird deshalb nicht wieder aufgefüllt, ne? Dann läuft man leer und, ähm, das ist, da gibt's jetzt halt für Leerlauf ein, ähm, Lecomio, ne? Nö. Da ist man jetzt in der Lage, eine klare Grenze zu setzen, ne? Eine Tür zu schließen und dem zu folgen, was dann hier, ne? Der Augenhöhe entspricht, ja, was das Herz nährt, ne? Was einem, ähm, hier geht alles, was nicht dem Herzensweg entspricht, quasi in den Verlust. Und dafür brauchen wir quasi jetzt die Sonnenfinsternis-Energie, ne? Nächste Woche haben wir dann auf dem Steinbock, auf dem, äh, haben wir dann zwei Steinbock-Tage, ne? Dieses sich durchsetzen, Grenzen setzen, etwas hier, ne? Da jetzt wirklich einen Punkt draufzusetzen, haben wir zwei Portal-Tage, ja? Also, die, die Neumond-Energie in der Waage dehnt sich jetzt halt aus, ne? Und nächste Woche haben wir dann zwei Portal-Tage, wo es dann heißt, so, pump, ne? Hier ist ein Karton, hier hast du einen Karton, schmeiß deine sieben Sachen in diesen Karton und dann Tschüssikowski, ne? Auf Leerlauf, auf, ähm, im Rückfluss Negativität bekommen ist, äh, ja, macht halt keinem Spaß, ne? Und das ist das Umtopfen, ne? Was jetzt quasi stattfindet, ne? Dieses, ähm, geführte und gewollte Entwurzeln, ne? Von, äh, Schatten in Licht. Aber dafür, ganz klare Kiste, muss sich natürlich, ne, der Schatten erstmal zeigen, ne? Ja, dafür fallen ja die Blätter, ne? Dafür fallen die Masken, damit wir auch wissen, ähm, ja, die Ratten kommen ins Licht, ne? Auch wissen, was hier vom Steinbock dann, boom, ne? Tschüssikowski gehen darf. Naja, so, gucken wir mal, was wir noch dazu bekommen können. Zählen wir hier nochmal, ne Überschrift mit den Crystal Angels und nochmal ne Twin Flame Shadow dazu. Ja, ja, das sind vor allem, ähm, wir werden hier wieder mit dieser Vielfältigkeit, ja, das ist keine, wird mir hier nicht als positive Karte gegeben. Ähm, wir sind ja auch gerade nicht im Positiven, ne? Es geht ja hier um die Erkenntnis von Leerlauf, ne? Das heißt, mir wird vielfältig jetzt wirklich mit vielen, äh, verschiedenen Gesichtern, ja, gegeben. Also sprich, diese Maskeraden, ja, diese Maskeraden, ne, wo hier, ähm, Personen einfach, ähm, in der Entscheidungslosigkeit sind, ja, ähm, sich nicht im authentischen Ich präsentieren, sondern, ähm, für verschiedene Personen, ähm, verschiedene Ichs haben, ja, äh, das erkennt das Herz, ja, das hatten wir neulich auch schon mit dem, mit dem, ähm, Saturn, vor einer Woche im Orakel, ne? Da hatte ich euch das als Taschenlampe gezeigt, dass man jetzt einfach, ne, durch diese Maskeraden, ne, durch dieses, nee, ich bin nicht echt, ne, ich, ähm, bin auf, ähm, Nutzen programmiert, ja, und habe für je nachdem, welchen Nutzen ich erreichen will, ähm, eine andere Maske, ne? Und das, da, da kann man jetzt einfach Blätter fallen, ne, man lässt sich, äh, man kann sich nicht mehr hinter dem schützenden Laub verstecken, ja, kann man jetzt einfach durchgucken. Und, ähm, ja, das ist das Außen, ne, was ich euch schon gesagt habe, wo ihr halt da, ne, äh, die Ratten, jetzt quasi ans Licht kommen, ne, wo man diese vielen Maskeraden, ja, es ist vielleicht auch so, dass ihr mit Leuten zusammensetzt, ja, ihr sitzt, ne, und dann erzählen die irgendwas, ja, und ihr denkt so, hä? Alter Schwede, als wir alleine waren, hast du dich mir gegenüber ganz anders benommen, ja, oder hast dich mir gegenüber ganz anders geäußert. Und mir wird das als Ekel gegeben, ja, das heißt, Menschen, die jetzt, ähm, Maskeraden tragen, nicht authentisch sind, ne, wo das durchschaut wird, ähm, da bekommt man so ein Ekel, ja, da, 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 da ist man dann richtig angewidert von, ne, und denkt so, oh, ist ja widerlich, ne? Wer weiß, was, wer weiß, was, wer weiß, was hier jetzt überhaupt stimmt, ja, stimmt jetzt das, was mir hier erzählt wurde, oder welches Gesicht stimmt hier denn jetzt, welches Gesicht ist hier denn echt? Kann ich euch sagen, weder das eine noch das andere, ja, weil, ähm, diese Person dann zum jetzigen Zeitpunkt, ja, kein, ähm, ich hat, sondern tatsächlich einfach nur, es ist, äh, Hüllen, ja, mir wird gesagt, es sind leer, ja, es sind wie, wie Zombies, ne, graue, ohne eigene Persönlichkeit, ja, und Menschen, die keine eigene Persönlichkeit haben, ne, die, ähm, immer nur in Angepasstheit sind, da empfindet man jetzt so natürlichen Ekel, ja, also die, ähm, auch in Beziehungen, ja, wenn es, wenn, wenn man sich da nicht festlegen kann, ne, Entscheidungslosigkeit bedeutet Kraftlosigkeit, Kraftlosigkeit bedeutet innere Leere, innere Leere bedeutet gerade abstoßend und Ekel, findet man eklig, das heißt, das Herz kann sich gerade nur, und das ist göttlich orchestriert, ja, das soll so sein, das Herz kann sich gerade nur verbinden, ja, mit Menschen, Situationen, die authentisch sind, die echt sind, die ein Herz haben. Das ist sehr faszinierend, ja, weil es ging ja in diesem Jahr viel, 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 viel darum, ähm, dass ich, das Herz, ähm, freizuschaufeln, ne, hatten wir lange, 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 wartet, die Energie, dein Herz, freizuschaufeln, ja, ist die Frequenz deines Herzens, wenn ihr in irgendwelchen Energien noch hinterherhängt, ne, dann, ihr habt die Energiebilder, alle in der Infobox, ne, das Herz, die Frequenz, den Ton aussendet, an dem man andockt, und genau das haben wir jetzt, ja, alle, die keine, nicht in der Lage sind, ne, das Herz findet jetzt den Weg, ja, in diesem Umzwitschen sind wir gerade, ja, da, in diesem Umtopfen sind wir gerade, ja, und alle, die kein Herzensbewusstsein haben, ne, nicht in der Lage sind, ähm, aufgrund ihres Herzens klare und authentische Entscheidungen zu treffen, die sind jetzt raus, die sind einfach raus, die sind der totale Abtörner, ja, das werdet ihr merken, ihr werdet merken, ähm, hier, das ist, äh, der Lebenswandel, ne, der jetzt geschieht. Und das ist jetzt, ne, göttlich orchestriert. Und deshalb ist so dieser natürliche Fluss gerade, kann das Herz nicht andocken, ja, kommt da eine Ablehnung durch, ich habe ganz viele verschiedene Gesichter, dann, ähm, empfindet man da jetzt einen Ekel, ja, das findet man total abstoßend. Das ist der totale Abtörner gerade. Das empfindet man als, ähm, Ja. Es bleibt bei der Wortwahl. Es bleibt bei der Wortwahl. Ja, also es kann quasi von jetzt auf gleich passieren, ne, dass ihr Menschen, die nicht echt sind, gerade einfach, äh, von jetzt auf gleich eklig findet, ja, da so ein, so ein, ähm, ja, auf einmal, ähm, angewidert seid, ja. Ich weiß nicht, wie ich es sonst formulieren soll. Ich habe es jetzt auch schon 20 Mal formuliert. Okay. Ja, hier, ne, da, das ist so dieses, ähm, kalt wie Stein, Salzsäulen, ne, das, ähm, Kälte erzeugt jetzt einfach Schmerz, ja. Und diesen Schmerz will keiner. Und weil diesen Schmerz keiner will, ach so, Entschuldigung, folgt man halt den, ähm, Menschen, Energien, ne, wo es eben nicht so ist, sondern man halt hier mit dem Herzen auch andocken kann, ne, das ist hier, die, die Bildsprache finde ich auch so geil, ne. Ja, das ist eben einfach, da, der Herzfluss, ne, hier, so wie es hier in der Energie eben auch niedergelegt ist, ne. Ja, das sind die Venen, ne, die, ups, die Herzbahnen, ja. Ja, und das definitiv ist halt, ähm, der Wandel der Zeit, ne, und das Neue. Und the beginning is now. Ja. Wisst ihr Bescheid, ihr Hübschen? Und wenn was ist, wisst ihr ja sonst auch, wo ihr mich findet. Bis dann. So. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.